Herzlich Willkommen auf unserem Weltreisenkanal ihr Lümmels. Wir sind Toni und Fanny, das wohl verrückteste Pärchen auf Twitch. Zusammen wagen wir das Abenteuer und starten nur bewaffnet mit zwei großen Rucksäcken eine Weltreise. Was euch erwartet? Backpacking ohne Drehbuch, jeden Tag neue krasse Erlebnisse, Erfahrungen und Situationen, auf die wir größtenteils nicht vorbereitet sein werden. Jans hier treu dem Motto, die verrücktesten Geschichten schreibt doch das Leben. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, drückt doch einfach auf den Follow-Button und erlebt uns im nächsten Livestream, denn alle 11 Sekunden verliebt sich ein Twitch-Dümmel in uns. Liebe geht raus. Let's go! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind jetzt live. Hi. Hi. Ich bin deutsch. In unserer Kategorie machen wir es in der Real-Life-Streppe. Wie lustig. Ja, danke. Willkommen in San Diego. Wir möchten uns beide bei euch für die letzten Monate bedanken. Natürlich auch die Leute, die jetzt länger bei uns sind. Aber gerade die, die in Amerika neu hinzugekommen sind, danke für eure Unterstützung, Leute. Und dann ab am 18. mit voll aufgeladenen Akkus Costa Rica bereisen werden mit euch zusammen. Und dann gibt es wieder nur ein Gas. Vollgas. Damit ihr ja Bescheid wisst. Da oben, wo das Fenster offen ist, da schlafe ich. Das zeige ich euch gleich. Und die Wand schläft unten. Hier kann ich dann so Big Brother-mäßig runtergucken. Da sehe ich alles. Und das ist halt dann mein Ausblick hier, Chet. Hola, Chet. Pizza, doate fresco e do casadas. Gracias. Das war 18. Das war 18. Das war 18. Das war 18. Un poco de amor. was von der Runde drin mind. Hi, nice to meet you. Nice to meet you, my name is Toney. Hi, how are you? This is Vanessa. Sehr gut, danke. Nieto Nino. Nieto Nino. Oh, wow! Ja, perfekt. Wir haben uns gebeten, dass jedes Jahr, das hier hier kommt, helfen muss. Wir haben uns noch mal bedankt und haben noch ein Herz abgegeben. Den Luftballon hat er auf jeden Fall. Hamburg Süd. Hamburg! Ich war verrückt. Hamburg Süd fährt an uns vorbei, Chat. Hier runter ist der Fuß, ne? Ich will auf jeden Fall 31.000 Liter haben. Fahr los. Mal gucken, wie ich noch da rennen kann. Das sind 38 Liter. Ja, verwetter wir. Das sieht aber heftig aus mit den Wellen. Wir haben nur WLAN und das Reiste für die Live-View leider nicht. Leute, wir haben alles gegeben. Wir sind nass bis auf den Schluck. Okay? Vielen lieben Dank für alles. Wir sehen uns am... Freitag. Freitag, 17 Uhr sind wir wieder am Start. Und dann feiern wir mit euch unser gemeinsames einjähriges Jubiläum. Und es war das Jubiläum, wo die Weltreise gestartet ist. Und es war das Jubiläum, wo die Weltreise gestartet ist. Auf dass Idee geht mir dazu, noch vorbei. Wir vaccinkieren wo die Weltreise gestartet. Und dann eben für die Schweiz. えーic www.miak....